Kommt zu meiner ersten zu meiner ersten Livestream und zu meinem ersten Video auch danach ich hoffe es gefällt euch ich fange mit auf dem ReWi-Server an Langweilig! Ich spiel Bad Wars wie immer Langweilig! Okay wir haben's kapiert Ah ja und ich hab jetzt den Hauptnachskill Hallo! Deine Settings! Du bist auch deine Settings! Okay dann mach mal Du bist hier die Bitch! Halt Maul! Nein! Die dürfen noch nicht sehen das ist ein Lambie-Motteres! Ähm Es ist immer noch meine Settings Jörg ist was mit dir los? Ja endlich! Er hat's geschafft! Der Junge kann was! Ich selber noch! Jörg ist was mit dir falsch? Irgendwas für'n bei deinem eigentlichen Ding ist ja Okay dann mach mal Neulichkeit jetzt! Okay Ähm Wir wissen bis Ich mach Maustaste 3 immer so Und dann Maustaste mach ich irgendwie auf V Oh! Ist schon besetzt! Ja! Einfach dann! Ähm Geh ich mal hier raus Und wir spielen 4x4 Ah das ist 4x2 Ah das ist 4x2 4x4 4x4 Das Okay und dann mach ich zum Schluss auch ein Stream-Highlight Hä? Du lebst ein Video-Stream-Highlight Ja das Sie wissen schon was ist mehr Doch Ich weiß nicht was Ey da schreibt der eine Haupt-Nach Geht die Team Ruhe Doch Geht die Team Ruhe Nein Nein Ich hab natürlich falsch geschrieben Also Nein Team Grün finde ich nicht gut Nein Rot ist besser Ja Ich darf da achten Okay Wie viel? Probino Okay so Dann warte ich guck mal wieviel Chance Wo? Ja? Ja Willst du was trinken? Ähm Wo ist der schon hart? Nee Nee Nö er will nicht Der ist durch der Hand Der ist voll drin Ich hab noch richtig was trinken Nein Merinder, Wasser, Söhne Nein Melissa Ich weiß nicht mehr ex Heißt du nicht? Das weh musst du umdrehen Wie lief das? Wenn du das weh umdrehen Dann schon Oh, Eisen Äh ok, ich komme dann nie wieder Geht mal hier weg Niemals Danach ja End Ok Dann gehst du in die Mitte Geh stehste in die Mitte Ist leider werden das zu gelaufen Ich muss auch zu sagen Ja Ja Ich mache ganz frühsend an was wollte ich machen ich will das gleich ich heute war es ein Alpen von einem neuen Kanal von einem Alpen die Springer hat mein Name der ist gekauft wie er läuft und ist gekauft da kannst du was für die Karte zu schließen halt auf die Karte oder was? für die auch jetzt merke ich dass es sich erst zu vergessen der Mars einfach Attacke jetzt also guter habe ich gesagt dass ich es wird überhaupt das Bett ist er wusste spät also wenn es so ist dann kann ich mir mal ein bisschen Branzo ich weiß so hol dir noch einen Bogen ah ja ich hab ja noch nein ich hol lieber einen Bogen so also ja aber wie kann ich hier so ranzoomen wie kann ich ranzoomen ja ich hab doch ja ich hab doch ja 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 das ja 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 hättest du früher sagen müssen ja um er hat der beste und wird es der beste auch waffelsturm also ich hab nur ja klar auch ja er ist ja auch ein ich hab grad mal zweimal gewonnen insgesamt warte und wie oft habe ich kann man da oben sehen wie oft ich gespielt habe ganz gut ganz gut ganz gut was hat ist dann hast du die h okay habe ich doch auch gesagt was würde es bringen die hat klar ich muss es überlegen in der Riemen da hat die also ich sag nur größer loop der welt wenn ich genau wo ich es gesagt habe schlecht ist so kein ausdruck mehr ich bin schlecht als schlecht hätte ich die ganze zeit so gespielt trotzdem der fettig wäre es noch alles reißen soll 3 der jahr ich hatte alles er hat heute steht witzig schattig aber gute Schwerterkeit ja ja die hat klar er rutscht weiter ich bin auch 65 so ist das alles klar tetris ok da kann ich noch ein bisschen abräumen da ja 3 und da um der schule r zwei Uhr nachts Ok Ich war knapp dran Wann warst du in der Schule heute früh? Achso, 2 Uhr Nein Morgens Tierblock Ich schmeiß dich gleich runter 1 Uhrzeit 7 Uhr oder was? Warte So ähm Das ist ein kein Block Überlebt doch sowas? Ja Das ist ein Rippertreter Also ne Scheder Da Wo? Ah da Ja da Dann weiter runter 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 unter dir Ah ja hier ist ja bei dir so Achso Schaffe ich nicht mehr Hex oder russisch was Ich dachte grad ich hätte 1500 Nein doch 400 Egal zumindest etwas Ähm Hol dir erstmal ein Holzscherb oder ein Steinscherb Stein Stein Hol dir dir sagst du dir 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 Brust Ja Brust ist das Brust Ja so So Soll ich jetzt einfach verzaubern? Ne Ne Soll ich jetzt einfach verzaubern? Ne Warte 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 Du bist so schlecht Na genau jetzt bist du Drei mal besser Ok Warte Du kannst doch Level 3 Ja Du kannst doch Level 3 Du kannst doch Level 3 Das wird sowieso nur ein Level abgezogen wenn du ganz oben machst Nein 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 das geht doch nicht Doch Doch Okay jetzt Rückschuss Nein Schärfer Ja Wobei es sowieso nur ein Level weg Warte 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 ganz kurz ja weil viele hey warum so viele Kopiere 2 Gigi ist weiter die jahre ich bin auch gleich 1 2 1 alles klar ich habe mich an einen spieler geportet ich war einfach hier jürgisch nicht aber ich bin schon ich habe es so was ja nein da haben die leute mehr im streamer FPS haben ja und auch nein habe ich ich habe ich bin liegt doch ich bin die diese Bekannte zwei die wird es leicht schaffen er weiß immer 1 drücken will 1 1 nein das habe ich auch ja doch Ich hatte auch 3 okay Gets. Ich hatte 10 Wollner Äpfel aber. Ich hatte auch noch mal einen Spitz. Das ist dein Kind eigentlich? Ja. Hat auch mal Rohr mit. Oh. Kai, der hat nicht so viel Angst vor. Ich war zum ersten Mal gerade mit Libby Goldfiltern. Was? Jetzt guck dir so keiner zu. Es ist OP, es ist OP. OP! OP! Er hat die ganze Zeit schon. Er hat alle 3 schon gegessen. Guck an mir in den Shop.de. Wie wenigstens in dieser Lobby. Ich weiß. Ich mach jetzt ganz viel Werbung. Hallo? Hä? Ja. 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 Die lohnt sich. Ja. Warum ich schaust da. Dann... Wenn wir es ausfällig sind. ich werde auch noch über die Arbeit ab und wie viel Geld verdienst du? Null Cent Oh Ok, ok Ok, ok Die Zuschauer gibt sogar mehr Geld als du Zwei Euro Du musst drei Euro machen, dann arbeitet Vater wieder für dich Er gibt drei Euro, dann arbeite ich wieder für dich Jetzt wird er dir nicht ab Du bist sowieso wieder für den Energy Drink aus Das ist doch gar nicht Das macht du nicht Red Bull Red Bull Red Bull macht süchtig deswegen Eins ist zu viel Ey, einer ist zu viel Jahre wie ich Und hat in einem Lifestyle in fünf Minuten drei Red Bulls getrunken Und ist immer noch nicht krank im Kopf Äh, doch, er ist krank im Kopf Ähm, er leckt oder er stelle Hallo Lace Crap Dann musst du Chancen unterstellen, wenn es leckt Stell Chancen unter Kaufladen Einmal hin, alles hin Unter die Show Unter die Show Unter die Show Ich hätte ihn einfach Alles gleich Hab doch ge- Alles klar Abgeholt Abgeholt Okay Und wie läuft's Hast du noch eine Vorweiter? Ja Ja Au, die Filme im Kopf Eine, eine Ah da 1 2 2 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 aber aber ich bin mir einfach hau ja haben man hat jetzt doch gar nicht doch bei Roller ich bin ganz Nein. Ja! Darf ich eine Runde? Nein. Dann gewinne ich ja nur. Und dann... Guck mal, ich bin auf den neuen Server gegangen. Okay, noch einmal und danach such. Sag mal immer, dann hast du tausend Runden. Digga, wie hast du alles umgestellt? Danke für das Freie. Aus der 1 hat er gerade sein Schmett, aber wo... Aber 1 hat er sonst immer aus der 4, ne? Jep. Äh... Hallo, Bo-Sperma. Ach, du hast keine Maustaste für ihn? Ich... 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 Dinge! Ich... 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 Ja! Ich... Warte... Ich... Ich... told... Ja! Ich... Litter! Tbo.... ich mache deinen stream zu musikern, ok? hast du schon den beat? nein ah warte, du live streamst ja ja, loser ja, gewann so fertig ich bin dran ich mach mal 3 nein, 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 nein ich rede hier ich hab meinungshaushör ja, und jetzt habe ich meine zweite Runde schon gewonnen bei 5 nein, bei 4 Runden habe ich 2 mal gewonnen und jetzt kommt Faros hier mit ein schlechtes zu meinen Taschen Halt mal, wenn du jedes Mal verlierst und ich gewinne ok, dann mach darf ich Kasi ran gehen? mach ok, komm, geh ran ich darf nicht, ich muss Deutsch machen haha 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 also ich würde eigentlich suchen, aber haha ja, was hast du gemacht? das ist sowieso nur bei mir das ist nur mein Quatsch ok, so wirst du jetzt wird geknallt haha mkd bezahlt mich, wenn ich das sage aber wohl mit diesen mit meintecher Pack könnt ihr so gut suchen, aber ich mach das jetzt nicht, weil sonst seid ihr zu heftig für die Gegner kann es ein bisschen rutschen? nö ok ja, aber ich mag das grad nicht so, ich hab jetzt die ganze Zeit ich mag zigzag pause 4 hier ich hab's lang nicht benutzt, deswegen benutze ich jetzt ich hab das hinter mir boah Minecrafts Sound ohne Ende wie laut oh mein Gott ist zu laut so ich hab's gehört, ich hab's gehört ich hab's gehört, ich hab' wieso ich hab's gehört, ich hab' wenn ihr die wenn ihr, wie ich ein Hackerin ist ich hab' ich hab' der Fall ist kommend direkt in den Standorten mein Gott läuft grad voll unflüssig hast du schon da drin gewaltete 100 FPS ich hab immer nur 20 aber er hat einen dhg namen ich mag es nicht im wasser ich mag es aber nicht im wasser kämpfen das dauert so lange du kleiner hoch und so kommt jetzt raus kannst du nicht schwimmen es ist mir egal das ist locki das ist der hat locken locke also wuschig im soli ohne alles klar er hat mir festgegeben alt mit einem Alex kennt ich hasse das auch alle Maps aktiviert ich möchte ich will die alle erkunden ich habe jede einzelne Akkunde ich kann ja so sagen die Basic Map ist die Beste dieser Hurensohn er ist ein Hurensohn also ja gut ich werde nix sagen aber du bist der Hurensohn Spaß also natürlich wenn wir die auch wenn es als Video hochkommt dann machen wir ja das intensiven wir uns ja das wäre ein kleiner Hurensohn komm raus alles klar der Kampf endet in 60 Sekunden und wer denn damit und du hast den Einkauf gemacht oh man ähm ich darf nur eine Runde ach okay komm trau dich du kleiner Bastard der nicht suchen kann guck dir das an aber wie ist das so lecker er muss alle Muschi ist alle Locki GHG das ist sein Ziel Jugo du hast genug Suppen ich weiß da das Problem ist denn wenn er näher in der Mitte ist gewinnt er so ich hab nein wir jetzt gewinnt er doch was ist ungefähr der Gesamtnoten? meine letzte Sekunde aber ich mache das super warte ich mach dir das raus Gigi, nicht klar ich mach dir auch dein FV wieder endlich deine scheiße mach dir wieder Kader ich mach deine hier hoch ich mach die Maustaste das ist egal so bitch fahle mal wieder ich hab zweimal hintereinander gewandt ist klar du und gewinnt habe ich schon ja kann sein 2 von 4 alles klar wie es aussieht geil ne mal ein Scheiß-Texter-Faker das sieht aus doch du acht Äpfel hast muss nur drei sind wie sechs das ist scheitern hä? das ist ein anderes das ist das das ist das was noch ja aber hier b muss ich mit der gertl was von uns die er geht ist nicht schlacht auf die er warum rekt Mama, hol das Deo, jetzt wird geschwitzt. Mama, hol das Deo, jetzt wird geschwitzt. Kiss, hol. Gigi, easy. Neun Herzen, Gigi. Minecraft 2 ist neu. Pfeile auf Sommers Film. Okay, tschüss, ich guck mal. Sucht alle Pfeile auf Sommers. Sein Streams. Ich möchte nicht noch mehr da wohnen. Guck mal jetzt, dass es passt. Guck dir Sasuke an. Sag mal, er macht auch Fleisch. Sucke. Nein, das ist der Video. Guck keiner schmuck hier an. Ich weiß nicht, schmuck hier an. Ich weiß nicht, schmuck hier an. Nur nicht die, nur nicht die Leib. Guck mal, wie, guck mal, wie ich denn da re-craftet bin. Schmuck gleich, jetzt, jetzt, danach, die re-craftet. Guck dir bitte an. Schmuck, ich gehe weh hin. Wenn ich das könnte, die Jungs würde den ganzen Tag suchen. Locker spielt 8, äh, schmuck ich noch besser. Locker spielt 20 Stunden am Tag jeden Tag. So, was kann ich da schmuck lieber sein. Schmucki darf dich da beziehen. Ja, darf ich schon, aber so, so schnell kann er es auch wieder nicht. Also, sag du, Sucke ist es der beste? Also, wenn du Sucke ist es der beste? Also, wenn du Sucke ist es der beste? Weil sie meistens gut. Aber wenn du so gut wie Helligus wäre. So, jetzt, die Spremer. Ist es okay wenn ich spreme? Ich meine ich mache, ähm, die Facecam. Oh. Hey, guck mal was eine Range er hat, guck mal was eine Range. Ich bin nicht mehr, guck mal was. Ich bin nicht mehr, guck mal was. Ich bin nicht mehr, guck mal was. Ich bin nicht mehr, guck mal was, guck mal was, guck mal was. Ich guck mal was. Du musst ja voll ruhig im Stream. Ja, ja gut, also. Ich muss nämlich gleich richtig, ich muss nämlich so konzentriert grad, weil, weil du verkackst, trotzdem, wenn du. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Was? Da ist zwei. Ach so, ja, ich habe ihn nicht aufgefasst. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Was können wir machen? Ähm, können wir machen. Ich richte dir gleich ein. Ich mach auch noch kurz ein. Ähm. Richtig? Ja, what the fuck. Hau, die Spender. Er springt grade und ich drüben, dass wir grade springen. Ich möchte damit umgekehrt werden. Ah, das ist egal. Man sollst immer zum Beispiel suchen. In Wirklichkeit ist es kein Mensch. Eh, eh, eh. Mösemkeit. Also, ja, gut, ähm, doch. Ich kann so viel was immer, auch wenn ich das Problem bin. Was? Du konzentriert nicht? Ich muss gar nicht machen, ich krieg noch ein Clink per second. in also ja gut gut ist auch also sitzt meine Frisur wartet also okay das ist okay wo es fällt alle auf sein wo es da geht also die letzte Karte schreiben und dann müsste auf einstellung live gehen das ist der einzige Video das er wir machen ja gewonnen ja das war die 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 in die 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 dann kommt so sieht die westung als er gut also der Einzelteil 3 Koppelstück hier ein paar auch einfach hier werben Lachen alles die Wettbewerb Kumpel die Lernkau die Lernkau noch mal kurz dort wo er kommt oder unbedingt ein ich glaub ich auch voll dunkel was muss noch mehr heranziehen okay ja gut was muss noch zu katholik nah genug oder immer noch zu weit zu kräftet sind zu weit ich habe schon fast alle erfolgt schoss herr bei dir bei mir ist hier okay jetzt also also ja das jetzt ist noch ein fünftiger sechsten kann und hat davon drei geworden sehr gut das ja 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 er stimmt hier gerade so wie neu näher geht nicht durch hier bescheid man nicht ja ja 100 euro auf den nacken als ob komme die klatschen geben den vortrags auf der beruf die glas Was macht ich denn? Da gibt mir die richtigen Sachen. Au! Ey! Nein, du machst aber heute denn Aufnahme? Wie? Ist doch. Ja, schau auf! Deswegen schaff ich euch kein Video. Falls euch das sagt. Und weil wir Spiele haben. Und weil ich zu sehen bin dann noch davon. Dann wollen wir eigentlich für den normalen Kanal wieder Video machen. Ach, der hängt, was vom Kabel. Und das sind kaputt. Und das wieder, wenn ich verteidige mich. Und das wieder, wenn ich verteidige mich. Und das wieder, wenn ich verteidige mich. Er macht 50. Ich steht da oben links bei euch im Spiel. Ich mach aber jetzt in meinem Spiel seit ich prozent. Er macht einen Klick. Null. Einen, sieben, fünf, vier, sechs, acht. Also auf meinem Kanal habt ihr jetzt die Handcamp für mich. Findet ihr unter Fahres-PiVT. So findet ihr mein Kanal. Und das letzte Krieg waren acht. Mein, mein Klick-Rekord war 7 und 20. Okay, was macht ihr dann halt? Außerletzt, auch sofort. Es war 40. Ja. Ach, das war. Ach, das war, nein. Es gab schon ein Programm. Es konnte einfach so einstellen, denn in Skaten, war 90. Aber, 33 war mein Report, aber. 22. Das hab mich eigentlich. Ich hab so, so ein Ding, so ne Website getrunken. Da konnte ich einfach so einstellen, als ob ich so schnell klicke. Ein Zeugnis crucifix mistake ich es schaffe. Das war ja, 2... 2 1 1 8. fahrrad ich bin zufrieden gut muss es wäre Prozent macht es zu Prozent die 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 schade was du sie so wie fertig so wie fertig d so für ganz kurz mal gucken also ja gut warum lacht ihr Ja, von wem? Ja, das ist... Ich hab das nicht mal gewusst. Soll ich da mal einstellen? Ja. Alter, mach die Hunde zu Ende. Bist du das? Alles klar. Er lacht nicht so. Was ist los? Ja, was ist los? Ich hab's doch schon ausgemacht. Alles klar. Ich wollte nur wieder machen. Nimm mein Handy. Nimm, er macht keine Copyright-Musee. Ja gut, äh... Hab ich gesagt, dass es so... Nur, warum rennt um ein Block? Alter, und dein... Da hat mich gar nicht gut sein. Die Cam, äh, heller macht... Oh! Also, ja gut, äh... Ich muss ja nicht, das ist nicht die ganze Zeit. Witzig. Ah, alle ist klar so schwach. Also, ja gut, ähm... Ich weiß nicht, das ist so scheiße. Witzig. Ich mach mal, bis dein Deck auf die Schwäche. Warum? Weil du krass bist. Ach so. Hallo. Hallo. Ja, hier. Oha, das ist so. Egal. Nein, nicht so hoch. Dann machen sie so. Ja. Ah, er hat rausgekommen. Oh. Okay. Er hat wie viele Abonnenten? Ähm... Jemand, der hier in der Nähe wohnt, hat viele Abonnenten. Hä? Ich hol den raus an dich. Hä? Ich kann den alle abonnieren. Ich weiß. Ich weiß. Er hat wie viele Abonnenten? Ähm... Jemand, der hier in der Nähe wohnt, hat viele Abonnenten. Ich hol den raus an dich. Ja, ja, gut, ähm... Also, die waren hier die ganze Zeit die Werbung. Lass euch doch machen. Höhöhöööö juckt mich nicht. Darf ich mal? Zack. Sie hat dasgebaut auch 사�acht. Die hat dasgebaut mit MotoT Disparen. Ich kein Rettliches. Schuld gleich vor 3 Was? Ich kann das Eagles tun. Ich kann das associated necessity Das ist ja gut, ähm... Was macht's jetzt? Ist das das Original, mit dem Video? ich habe es nicht schicke ich den nächsten Mal ich hab das Video noch nicht mal gesehen von diesen Zickschlitzern ich dachte wir lassen Musik an aber Luca G.A.G. Black Shadow G.H.G. okay oha ich habe einen Scream gemacht wer wollte ich habe einen Scream gemacht abonniert alle Felix94 abonniert ihn alle nein doch aah aah leh ich mal mit dem Facecam ein mit der Kamera gemacht werden ne ha 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 ex ha na ok 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 Sneaker kenne ich jetzt Tolle Adidas Show Hehe Das tue ich heute am besten ein bisschen Das? Video von Cardio ohne Cardio Also Ja gut Ich habe noch einen anderen Kanal Da mache ich nur Fußball Videos Also zur Zeit ist da eine Pause Und darum Check den mal gut ab Und das letzte Video war und stich Das lieb das letzte Video war so Das war am besten ein Video von Cardio ohne Cardio Die Kamera ist von dir ne Also schlecht Ich habe es nicht gesagt Hacker Ja Er sagt wir haben eine karte Kamera für Cardio und Cardio mitmachen Sven wollte Sven die Idee war das sogar Er sagt ich will noch ein Video machen wenn er nicht da ist Er will auch einen Kanal starten Er will auch einen Kanal starten Ich soll auch für ihn schneiden Hä? Sven hat doch einen Kanal Welchen? Hat er nicht gesagt dass er Nick Nick hat? Das ist nicht seiner Ja Soll ich mal kurz sein Stream schicken als Nick? Ach Kann ich das im Stream? Ja 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 Also ja gut Ähm Ja 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 das für ein Bock gewesen ein als er gut ist es jetzt ist die abgebildet den kompletten stream kompletten nur bei mir ach so was hast du gesagt er denkt schon bei dir raus was siehst du doch okay bauchspammer nummer eins er hat nicht mal unendlichkeiten er spammt sein bogen er hat keine feine mehr er gewonnen die sich kill also ja gut hey woher wissen die dass ich ein live stream mache da unten da hier unten die haben geschrieben ich kippt oben und ach so okay warte wie schau euch an kardia street mit facecam alle liken kommentare schreiben alle liken kommentare schreiben und das ist meine wenn hat es schon gesehen hallo Sven hallo Sven das sind kardia skills die Klammern die Klammern die Klammern Alter deine Flicks die juckt mich nicht wie du klickst du machst ja fast das Wort zu dir Anna äh er schreit Sven guckt schon okay okay jetzt habe ich keine Chance ich muss jetzt eine Minute wegrennen seit ihnen letzten OP-Abfüllgästen danke für den Fall Aua okay jetzt habe ich den Schauspieler ich muss jetzt eine Minute wegrennen alles hi okay okay ist kein Ding doch es war die jetzt mit dem Prozent keine Facecam mehr Leute er mag sich selber nicht das weiß ich auch Prozent du musst ja wissen was du machst Alter bau dich doch weg wenn es sein erst während die ganze Zeit nur sie etwas äh alles klar da kann man auch nochmal klicken ich muss nur warten ich muss nur warten dass er seinen OP abwählt also dass dieser Trank also dass diese Wirkung weg ist ich hoffe jetzt die Klicks ein bisschen gezählt wird doch oben die ganze Zeit auch von dir wie viele 5 Klicks im Kampf 6 Klicks beim Backbone das habe ich gar kein Skill der muss ja ohne Zeit reicht schon wenn ich gewinne aber dafür habe ich dafür kann ich sehr gut mit dem Boom also 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 ja gut hab ich gesagt dass er jetzt hier hoch geht wenn du nach dem Lücken kannst fertig bist noch kurz was machen ja das ist geschehen ich ich mich definitiv Angst zu fliegen oder sonst ich hab das recht für die 5 okay okay herr burschen um ich habe alle ja alle Ja, ja. Ich muss keine Sorge, ich hätte dir wieder eingerechnet, wenn ich mal zu werden, wie der kommen dürfte. Aber er hätte eine Weile gebraucht. Ähm, mein Freund screams gerade. Ähm, mein Freund spielt gerade. Ich habe mit ihm schon gespielt, denn... Er streamt, äh, ist gerade auf. Ja, also ja, gut. Ich... Eigentlich darf ich aber erst Spielkraft verlieren. Ah, sehr. Hast du mit deinem Account? Nein, mit sein Account, aber auf meinem Laptop. Er hat... Nein, er hat's mit seinen... Ja, komm, willst du mal sein Stream sehen? Ja, Junge, dann gib einfach mal, ähm, let's play... Gib mal let's play Cardi ein, und dann musst du, ähm, bei den Einstellungen, den auf live, denn findest du nur ein Video und das ist auch, da hab's auch im Kommentar gespielt. Okay, was kann ich sagen? Er wäre schon auf die Nummer. Er wäre schon Dasselbe, warte mal. Ich guck mal, guck mal gar nicht mal. Wunderschwein. Ich guck mal. Ich guck mal, guck mal. Ich guck mal, guck mal. Ich guck mal, guck mal, guck mal. der Heizkirchen gegen Bekanie ja ich weiß nicht das doch nicht schiff doch die ja ich weiß aber ja er hat schon ja oh Gott im Stream schon der Typ hat sich jetzt die ganze Zeit reingekent und hat ihn jetzt hier eingebaut in so ein Bär kennst du diese Hülle mit so einem Berg und so also mit so einem Berg einfach so ganz viele Berge keine Met ähm Hardy wie kannst du kurz deinen Klick einfach mal kannst du mal sagen wie viele Klick du hast per second machst du willst doch mit Klick oder ohne Klick ja wie willst doch mit Klick einfach klicken einfach mit links einfach mit links klicken vor ok dann mit Anstrengung ach er ja aber wie du bist so tot juckt mich nicht alter jetzt ich gön mir einfach den Block ja ja klar reicht doch alter lass dich killen einfach nein wo die macht das tausend und der Schaffens wenn ich um KD, zieh die Rüstung aus. Soll ich? Ja. Okay. Ich fühl mich jetzt einfach auch auf. Hier kommt, killte mich, killte mich. Zieh die Rüstung aus. Okay. Hallo, kill mich. Hallo. Was ist mit ihm los? Ist ja gut, abgehoben. Boah, ich doch. Nein, Junge. Doch. Dieser wofen Sohn. Im Notfall ertrink ich sogar. Ich spiel mir jetzt. Ja, gut. Ist das ein fucking Ernst? Hallo. Willkommen zu einem Spree. Er spielt jetzt 10 Minuten gegen ihn. Widerrufe und so. Zieh aber den Rüstung aus. Ab geht noch 40 Stunden. Okay. Junge, käme ich jetzt. Okay. Los, zieh. Schieß einfach nach oben. Schieß einfach nach oben. Schieß einfach nach oben. Warte, warte. Schieß mit dem Boden ganz schwach. Nach oben zu dir. Schieß mit dem Boden. Bring dich doch einfach um. Zu dir, Junge. Ganz schwach. Hier, nicht zu ihm. Ganz schwach. Da bist du. Komm, kill mich. Alter, kill dich doch selber. Nein, er ist ja nicht kill. Komm, der ist behindert. Alter, lass mich. Du kleiner regst mich auf hier. So viele Pfeiler habe ich auch nicht mal. Er trinkt dich jetzt einfach. Was? Ich versuche jetzt nur Arme, Alter. Ist ein OP-Apfel? Hütte es nicht mal? Ja, komm. Ist das dein Ernst? Ich bin nur Arme und der rennt weg. Das verpiss dich, du kleiner. Nee, du sollst herkommen. Sorry. Ja, und was ist mit dem los? Die Mutter ist ne Pussy. Du, du kleiner Wichser. Er ist ein richtiger Abfucker. Er ist wie du. Hä, nein, ich kämpfe ja nicht drei Jahre. Ich glaube, er hätte die ganze Zeit sogar gekämpft, hätte ich ihn nicht angegriffen. Ja, endlich. Ja, endlich bist du tot. Okay, auf welchen Server? Ja, er ist doch drauf, musst du dir gehen. Wo ist er? Geh mal zu Kit Editor. Da müsste er sein. Wo bist du, Hadi? Ja, vielleicht. Ich bin auch nur den raus, wenn dann aber nur zu leiden. Jetzt kannst du auch raus. Okay. Also nur aus Kit Editor. Ach so. Da ist er. Das bei den Kids. Da ist der Alphasteiner hinter dir. Der? Da ist er. Neiße Brille. Nein, ganz klar. What you gonna do? Okay, ich mach ihn jetzt was. Ach, nö, Mann. Oh, doch. So hattest du auch ein Kit, ne? Ja. Okay, lebe ihn mal einfach oben hier laut. Ich hab das nicht mal gesehen. So wenig sichtweit hatte. Das ist ein Pickaxe wieder als Kit, ne? Ja, dann hab ich, Alter. Ich hab so zufrieden. Alter, er hatte grad das übelste Hitgegen. Giga. Er läuft in eine Richtung. Boah, Alter, ich habe, äh, ich kann mich nicht einspielen, wenn ich gegen euch ein. Das ist Cardio. Nein, ich weiß, aber das ist okay. Du bist den O-P-A-T. Also ja, gut, äh. Hast du? Nur eine Sache. Du bist Mama. Ja, gut. Ich mach doch schon die ganze Zeit, mach deine Aufgaben. Oh Mama. Mach deine Aufgaben alleine. Hehehe. Aber das nicht weiß. Leute, man kann seine eigenen Aufgaben, man kann die Aufgaben alleine machen. Nur damit ihr es wisst. Dann mach. Ich sag nur, ich hab kein Leben mehr, aber egal. Boah. Ich weiß. Okay, ich schreie nicht. Das kommt von OP jetzt. Du weißt doch, wenn man das Skollrad reindrückt, kann man doch ein Slot wählen, ne? Man kann doch, wenn man das Skollrad reindrückt, ist doch ein Hotkey, ne? Aber warum? Er hat es bei sich Hotkey 4 gemacht und darauf ist es immer sein Schwert. Aber er denkt auch mal an GLP. Hä? Ich wusste nicht mehr, dass er sowas hat. Er wusste bis gerade nicht, dass das kann. Ich meinte auch vor... Und die GLP sagt, er geht auf und so. Und die Stimme wird noch veröffentlicht und dann noch versucht man halt auch zu schieben. Ja, ja gut, ähm... Ich versuch das zu schieben, ein Highlight aus dem Stream. Dafür nicht schon mal 10.000 aufs auf sein Kanal. Aber sein Fußball-Kanal ist viel anstrengender. Also, no A, and also... Ja gut, äh... Ich zeige jetzt, ich stream jetzt auf meinem Kanal mit der Händchen von Cardio. Hey, das wird zum Götzl-OP! Ich hab... Jetzt ist es ein Götzl-OP. Ja, jetzt ein Götzl-OP. Ja, man hat schon nach vorne gegessen. Ja, man hat schon nach vorne gegessen. Hat noch einen. Man hat auch drei am Anfang, oder? Ja. 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 Es ist ein Götzl-OP. Ja. 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 Nein! Ich will auf den zweiten Account such meinen Glück. Ich glaube ich 7.20, ne? Ja. Okay, was kann man auf den? Oh, ich bitte auch keine Glück. Okay. Ja wirklich! Du bist jedes Mal eingebaut. Oh. Gigi! Ja, das hast du mit dir der Falsche. Okay, warte, ich mach mal kurz. Wie das aussieht blöd. Wie das einfach. Achso, ich wollte euch ja noch mal zeigen. Das war mal ein Kader. Doch. Es wurde rausgerissen. Hier. Es ist komplett rausgerissen. Die war eigentlich schon nötig. Aua. Okay, wir können. Okay. Ich komme. Ich komme. Ausgangs choix mit 부onnieren Ja, euhm ich bin eher besser ho算. Die habe ich überprüft, ich habe ich mir verwacht. Hä. Nein. Ja und, was war mit dir mit dem falsch? Ich habe dir einfach liar. Ey, ey, wir müssen auch pflegen, wenn wir das, wenn die Karte miteinander drücken, geht das nicht. Okay. Wir spielen aber weiter, ich komme auf die Straße. Ja gut, er rasiert. also gut eigentlich was weiß ich mal und wo es Ich bin fertig. Reicht doch mit ihm? Reicht doch mit ihm? Reicht doch mit ihm? Zweiten, dein dritten Leintisch. Ja, alle beide gegen dich. Also ich und er. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Aber ich geb ihm die Kompo des Todes. Jetzt nicht mehr. Da, okay. Du hast jetzt in dem Chat steht. Was? In welchen Chat? Der nächste Name. Nein, 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 nein. Doch. Jörgis, ich ess lieber zwei Äpfel. Also ja gut, ähm, hab ich gesagt, dass ich es geh hab? Nein. Warum? Warum? das ist schwer wenn es jetzt wieder gesund können bau-spammer also ja gut ich hab doch kein wer Nein! Die Augen ist... Nein! Ein halb... Er hatte... Er hat ein OP Apfel gegessen, die Augen ist. Nein! Okay, ich hör wieder da, wo ich her... Er ist ja... Ja, bei mir. Hinter dir. In dem... Äh... Editor. Dann schreib ihn. Okay. Okay. Also ... Vielen Dank. 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 ... 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 ich bin zu wir wollen doch nicht 106 noch warum so auch so viel ja ja schaff ich glaub ich nicht sonst noch 200 100 glaub ich nicht äh ich glaub's auch schon hihihi 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 ich wollte springen ich spring nicht hihihi hihihi man hat getankt ach man hat getankt guck mal hihihi hihihi wovil ist das wohl Deine private sind auch meine privaten Zoll hat jetzt hat sich die Lüftel die Köln mir einfacher ich würde aber frühet ihr Warte, 100... 250 brauche ich schnell! Nein, hol dir erst eine Hose und jetzt noch Leder-Leder. Jetzt hast du noch 14 Coins. Braucht die Pug. Was? Kommt noch ein Apfel? Alle vielleicht müssen rausgegeben werden. Kostet einen Apfel nur zwei? Ja. Gib mal bitte kurz und muss die AG erst noch am Sporn machen. Ey, vielleicht findest du ein Secret. Geh mal kurz. Geh mal vor, du machst das Schild. Und das mal ganz gut, das mal ganz gut. Ey, wird zufällig? BVP, hier so... Soll ich? Ja. Okay, wir mal zur Seite. Okay, wir mal zur Seite. Okay, wir mal zur Seite. Okay, jetzt kommt alles ran. So bitte, es wird wieder geknallt. Ach so. Ich nicht, aber ich mach mal jetzt hier ein paar Sachen aus. Das, äh, Food Saturation und Capes. Dann hab ich mehr FPS. Ich bin's auf 2 Chunks, ja. Alter, du hast schon warm ge... du hast schon für mich warm gehalten. Ich geh auf den Erstbesten rauf. Wie soll ich mit einer Hauptnaske gewinnen? Oh, ich hab Karotten. Halbes Herz, halbes Herz verloren, halbes Herz. Gibt's nicht. Doch. Wie auf der andere Hose. Da halt nur ein Haus. Und ein Haus. Da? Ist ein Haus und ein Boot. Schön. Wenn diese Mushu kommt, wie tritt ihr denn seine Mushu? Mushu-GAG, alter. Guck, einer von denen da zu Hause ist, ein Ofenbruch, und dann sagst du, äh... Ne, 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 da ist einer. Besser wäre ich jetzt zu gewinnen, ne? Aber wird nicht sein. Obwohl ich die Besserenz gegeben hab. Wollen wir den Stream langsam schließen? Ja. Okay, ich sag, rede nur. Okay.